so weiter geht's mit end of dragons und dem kapitel tiefste geheimnisse erforscht den young reactor da sollen wir jetzt als nächstes hin ach du scheiße das ist ja wo ganz anders das ist ja das ist ja schon fast fast außerhalb von cunning stimmt irgendwo auf so auf so einer verlorenen insel keiner hingeht ja und wir haben jetzt herausgefunden dass diese technologie wohl mit drachen magie betrieben wird was wir anfangs nicht wussten und ja ist deswegen wohl zur komplikation mit diesen jade bots kommt also einige bots werden doch doch mal ausfällig gut muss erstmal gucken wie man da wieder am besten kommt also wenn man noch nicht in dieser stadt war dann ist das schon kann er schon sehr verwirrend sein ja weil es halt so viele wege hier gibt auch so viele unterschiedliche ebenen aber ich nehme mir so eine jade batterie mal mit vielleicht brauchen wir die ja noch ganzen dorf stadtbewohner hier alle verängstigt so zusammengezuckt auch verständlich ja ich hätte da auch auf jeden fall angst um mein leben wenn da irgendwelche ki bots auf einmal verrückt spielen und versuchen alles auseinander zu nehmen ja das ist halt eben hat eben auch nicht immer gute seiten diese neue neue technologie dieser neue fortschritt hat auch schlechte seiten reaktor stationen sind war mag ich ja jetzt ganz schön ganz schön abgelegen ja guten tag die jahren ich hab ähm vip zugang das ist unglaublich die gesamte einrichtung ist unter wasser oh nice hält sie dem wasserdruck stand wenn nicht sind wir schon bald fischfutter im prinzip würden wir eingedampft wo ist june sie wird bald hier sein es ist ein langer weg von shinjia erwartet sie tatsächlich dass wir hier auf sie warten das ist auch kein labor unter wasser das ist also der ort an dem ihr einen alt drachen eingeschlossen habt meine hochmoderne einrichtung in der sovon residiert ja ich habe euch als nächstes vertrauens hier eingeladen kommandeur werdet ihr diesen respekt erwidern wir werden euch anhören da geht es lange ich weiß ich irgendwie traue ich dieser juni ich ich traue dir nicht also schon allein dass hier und so viele sachen irgendwie verschwiegen hat zum beispiel hat jetzt auch eben das mit der drachen magie das wusste ja so sie von anfang an aber wir wussten davon nichts so und dann auch die sachen mit mei drin irgendwie hat sie uns auch nicht erzählt dass sie sich mit der getroffen hat also irgendwie ich glaube da ist was vor grandioser ausblick june fängt gern mit der geführten tour an die bahn da drüben jade tourbahn eure sicherheit als priorität körperglieder sollten sich jederzeit innerhalb des zuwes befinden willkommen den jodler jades berühmten jungen reaktor sieht das geil aus momentan 130 meter unter dem meeres spiegel unsere gründerin madame june war die tochter eines einfachen jadehändlers doch dieser stein war unendliche möglichkeiten sogar mit haja aber wir wollten doch gerade etwas über euren vater hören den einfachen jadehändler meine mutter hat mich aufgezogen mein vater der kaiser ist tot warum sind wir hier ihr seid alle mit eigenen augen sehen was ich erreicht habe beeindruckend doch an keinem ort der welt lässt sich ein alt drache einsperren auf wie viele arten muss ich das noch ausdrücken auf wie viele arten muss ich das noch ausdrücken sowon ist nicht eingesperrt sie ist aus freien stücken hier wir haben eine abmachung getroffen davon profitieren wir beide wie auch ganz tier ohne meinen plan wäre es ihr wie den anderen vergangen noch so ein wildes und hier dass die drachenwacht ausmerzen muss wer weiß denn noch von ihr man bekommt hier den eindruck als würde sowon versteckt ich hänge es nicht an die große glocke nur diejenigen die es absolut wissen müssen sind eingeweiht die kaiserin die regierung die hochgeschätzten arbeiter dieses fahnbrechenden reaktors viele reagieren genauso wie ihr doch nach dem ersten schock hält die vernunft einzug wir errichten hier die grundlagen des fortschritts ich habe sowons magie genutzt um unsere zivilisation zu unterstützen und dasselbe möchte ich für ganz tier erreichen ihr bietet eure jade technologie der ganzen welt an was ich anbiete ist frei haben nicht alle sterblichen genug unter der drachen magie gelitten diese magie wird zunehmend instabiler ein unerwarteter fehler im system was ist das hier der kontrollraum sozusagen das nervenzentrum des ganzen reaktors hier geschehen all die wunder sozusagen magie von einem drachen zu sammeln ist nicht ungefährlich wir müssen auf unvorhersehbare fluktuationen eingerichtet sein es hat ein paar jahre gedauert aber wir haben es zu einer wahren wissenschaft entwickelt nun es ist eine wissenschaft in der tat es ist ein empfindliches ökosystem wisst ihr warum wir den reaktor unter wasser gebaut haben aus eitelkeit wegen der geothermalenergie unsere turbinengeneratoren wurden entlang der grabenbücher aufgestellt der planet liefert die energie mit minimalen ökologischen auswirkungen ein geschlossenes und vor allem stabiles system einfach genial plus ihr wisst schon wasserdrache das ist doch ein wasserdrache irgendwann wird juli jade genug energie für alle einwohner tierias erzeugen hängt darüber nach in der zwischenzeit seid ihr eingeladen den rest der anlage zu besichtigen ja das ist denn wohl bei der rückkehr zum empfangsbereich bekommt ihr vermutlich fische und andere fantastische meereslebewesen zu sehen im unendlichen ozean leben tausende aquatischer spezies juli jade wir sorgen für eine nachhaltige zukunft eure großzügige investition liefert die energie für morgen danke dass ihr uns auf dieser interaktiven tour begleitet habt bitte vor uns nicht aufzusteigen hier können wir die tour noch einmal machen später vielleicht wir werden jetzt gleich den unterwasserdrachen sehen aber warte mal zu wann ist die großmutter von karkatorik habe ich das habe ich das richtig in erinnerung also ist sie der unterwasserdrache der letzte altdrache fuck alter die haben die haben die hier eingesperrt nur um sicher zu sein dass wir uns einig sind wir sind damit nicht einverstanden oder junes worte sind auf jeden fall mit vorsicht zu genießen ihr habt kanter mit eigenen augen gesehen das leben hier ist jetzt anders wenn drachen magie wirklich zum guten verwendet werden kann dann ändert das alles und als wissenschaftlerin scheint sie sehr kompetent und motiviert aber nicht auf die gruselige skale dornstrauch art nicht böse gemeint sie sagt natürlich nicht was gibt es noch tiefer runter findet den zugang zu suwan oh ich habe so bock man oh oh rama mal sehen mal sehen was sie zu meinen angelegenheiten zu sagen ich bin es ist mein reaktor und ich mache was ich will die angelegenheiten der nationalen sicherheit es geht hier um eine nationale gelegenheit seid nicht so ein elender hasenfug meine gäste sind da ich muss jetzt gehen wagt sich nicht aufzulegen kleinen moment noch kommandeur ich sorge dafür dass die sicherheits-KI euch einlass gewährt nur eine formalität alter ich bleib dir bei yun kann man nicht trauen yun kann man nicht trauen yun kann man nicht trauen ich dachte ich hätte euch alle besucherprivilegien erteilt wie peinlich gib mir einen moment zentralrechner zugang auf besucherebene freischalten nicht autorisierter benutzer entdeckt systemsperrer eingeleitet autonome sicherheitsmaßnahmen aktiviert wir wünschen euch einen schönen tag nicht autorisierter benutzer was glaubst du wohl wer dich erschaffen hat und da fängt es an wenn die demo der jade-technik nicht interaktiv wäre joe wie wärs mit etwas hilfe ich versuch's ja immer schön mit der ruhe es muss mich nicht komplette wenn ihr mir alle den rücken frei haltet kann ich über die konsolen die max deaktivieren ihr schafft das mal sie hat wirklich nicht mal ihre eigenen bots unter kontrolle oh je so äh sicherheitskonsolen sollen wir überbrücken und mal drin sammeln beschützen wo ist sie denn ach so da ich habe die erste konsole ausgeschaltet bleiben noch drei ihr habt aufgepasst bei den besprechungen zum sicherheitsprotokoll natürlich ich wollte von euch lernen und mich nützlich machen ich 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 mich ich kann ich ich die haben mir so einen jadehammer ich schwöre auch gib mir auch jade waffen jetzt nur noch zwei gibt mir deckung schiff das dritte terminal ist außer gefecht etwas ist seltsam ich bin nicht die einzige im system meint ihr etwa ja das kann nur sie sein wait wer june das würde mich jetzt nicht wundern er bitte komplette instandsetz das war's ich hab's june habt ihr den zugang wieder hergestellt wir sind auf uns gestellt sie wurde offenbar komplett ausgesperrt bevor ich die kontrolle wieder erlangen konnte das war anker da bin ich mir sicher die äther klingen sind in die anlage eingedrungen warum tut sie das welchen plan verfolgt sie hier so wie ich sie kenne hat sie etwas fürchterliches vor wir müssen zu suvon gelangen dann los finden wir sie ich hoffe ich hoffe dass das hier jetzt nicht zu den alt drachen will und den auch noch aussagen will dann haben wir ein problem wir können wenig durch es gibt noch einen zusätzlichen wartungskorridor der durch die anlage führt bis in die hauptreaktorkammer sonst im wartungskorridor wieso wisst ihr so viel über diesen anderen weg durch den reaktor nun schon gut vergesst einfach dass ich gefragt habe nähert euch zu wann durch den wartungskorridor ich frage mich dieser reaktor unterscheidet sich nicht sehr von taumanova dort bin ich anker zum ersten mal begegnet scarlett hat es zerstört damals war das unsere welt unser zu hause unsere freunde und dann war alles dahin ich konnte nicht mehr bleiben ich musste da weg ich habe versucht nachzuvollziehen warum anker zu der wurde die sie ist meint ihr es ist weil wir alle wählen unseren eigenen weg manche dinge liegen außerhalb unserer kontrolle anker hat sich in den nebeln verändert sie hat schreckliche dinge getan ich hätte sie aufhalten sollen ich war ihr captain wenn irgendjemand für dieses chaos verantwortlich ist dann bin ich es und deshalb bin ich diejenige die es beseitigen muss ja ich kann das tor nicht öffnen def antiportal sicherheit der zunleis patentiertes portale dämpfendes feld verhindert die anwendung gewisser arkana teleportationsfähigkeiten hä warum komme ich hier nicht durch ah jade batterie ich brauchte jade batterie bestimmt ah macht sie wirft ihr alles mit energie wirft ihr alles mit energie jetzt brauche ich noch mal eine batterie aber da war nur eine oder muss ich jetzt noch irgendwo eine übersehen haben hä warte ich kann nicht mehr zurück ach wir können die wieder mitnehmen ok ja gut was anderes wäre mir jetzt auch nicht eingefallen so die nehmen wir auch wieder mit hier ist noch eine batterie hier ist noch eine batterie so warte mal da können wir beide wieder mitnehmen ne das das äh feld bleibt dann bleibt dann dauerhaft weg so hierfür brauchen wir drei batterien oh das anker dass ich euch hier treffe mai sieht aus als hättet ihr neue freunde gefunden hm ihr scheint mir ein bisschen verärgert zu sein welchen plan verfolgt ihr hier man muss ja nicht gleich alles verraten vielleicht wollte ich nur diesen visionären reaktor mit eigenen augen sehen wirklich beeindruckend erinnert mich an früher ihr könnt die äther klingen haben ich übertrage euch jegliche autorität hauptsache ihr hört auf mit dem was ihr hier tut ich überbringe ungern schlechte nachrichten aber die klingen gehören mir schon ich musste sie nicht erst lange überreden die crew ist sich einig ihr habt es nicht mehr drauf captain ihr habt in dem leben dasselbe gesehen wie ich die reiche dame möchte den drachenzyklus kontrollieren aber das chaos lässt sich nicht kontrollieren ich glaube an tre zu schade ich würde gern bleiben und von alten zeiten reden aber ich bin gerade ziemlich beschäftigt anker garik ich ich muss euch etwas sagen alles was ihr getan habt ihr seid ihr seid eine lügnerin anker oh mein gott ich glaube das hat sie hart getroffen ich weiß nicht ob ihr mich hören könnt ich versuche nicht das schlimmste anzunehmen aber ich habe den kontakt zu meinem reaktor verloren zu meinem lebenswerk das ist schlecht ich weiß nicht was ihr da tut oh alter da ist der drache dann macht ihr einen großen fehler oh mein gott alter fuck was ist jetzt orens champion ihr habt es geschafft ich bin dankbar dass ich euch endlich begegnen darf zu von ihr seid gekommen um mich zu retten oder das weiß ich zu würdigen aber ich muss nicht gerettet werden jedenfalls nicht vor june ihr seid tatsächlich freiwillig hier ich war es die ihr dieses arrangement vorgeschlagen hat sie ist kühn findet ihr nicht dieser ort er regelt den fluss der magie zwischen mir und tierias leylinien regelt june verwendet ein anderes wort moduliert sie nimmt die magie die ich ausströme um daraus neue drachenjade herzustellen ein äußerst harmonisches arrangement moment mal die anderen alt drachen sie wir haben sie getötet ein teil dieser magie ist oren zugeflossen aber der rest kehrte zurück zum netz der leylinien und dann zu mir ihr habt getan was ihr musstet aber allein kann ich die magie nicht filtern auch als meine kinder noch lebten konnten wir sie nicht gemeinsam filtern als sie der reihe nach fielen wurde die magie immer weiter verdorben jetzt wird sie zu etwas anderem etwas das sich mit dem sterblichen leben nicht verträgt ich habe meine schützlinge lange zeit davon abgeschirmt doch ich kann den fluss der magie nicht mehr lange aufhalten wenn ich fort bin wird ganz tyria zerstört alles leben ausgelöscht du scheiße es muss doch möglich sein das zu verhindern aurene die nachkommen sie kann alle magie der welt filtern aber sie muss dafür bereit sein ohne mich wird die magie wie ein tsunami durch sie hindurch brechen ich hatte eigentlich vor ihr mehr zeit zu geben damit sie in die rolle hinein wachsen kann aber es sieht so aus als hätte ich keine zeit mehr übrig das stimmt ihr seid in gefahr zu wohnen june hat die kontrolle über den reaktor verloren ich weiß zu hoffen ich könne hier für immer bleiben das war naives wunschdenken von mir solche sterblichen fantasien ziemen sich nicht für einen alt drachen kümmert euch um aurene das ist die rolle eines champions und versucht bitte nicht mich zu retten wartet zu wohn was soll das heißen zu wohn ihr seid zurück oh mein gott das ist der letzte alter was alter habe ich mir tatsächlich ganz anders vorgestellt holy alter eure seele ist schmerzverzerrt kleines wesen glaubt ihr denn ich will euch böses eure gesamte existenz ist böse alt drache anker shit nein tu's nicht das ist anker nein 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 es hat angefangen wenn die zeit kommt muss der zyklus enden versprecht mir das nein ey come on kommandeur kommandeur oh fuck mir geht es gut das ist ist das nicht Aurene gestohlen magie anker hat den extraktor entfesselt wenn eure beine euch tragen müssen wir hier raus jetzt folgt mir oh shit wir müssen zu wir können sie nicht ein reaktor funktionsstörung entdeckt status kritisch oh das ist schlimm kommandeur wenn der reaktor in die luft geht ist alles egal wie viel zeit haben wir hier noch ich weiß nicht ist das nicht ist das nicht Aurenes Aurenes kristalle hier oh ich bin grad irgendwie ein bisschen confused ey das ist wieder too much alter Schwede sie hat es tatsächlich geschafft ihr die Energie wieder abzuziehen ey ne so eine kleine Ratte oh Marjorie nein scheiße ah ok sind die noch mit hochgekommen wie auch immer lol ok die laufen einfach auf einer Stelle nein zu wangen nein was zum ich sehe nichts hallo das ist schon ein bisschen shit happens nicht erkannt zu von ist entkommen das war die ganze Zeit Ankers Plan jade stromnetz überlastet ja von der parantur fuck ey das ist schlimm was bedeutet das genau das alles hier geht gleich hoch und nicht nur das kein engst ganzes Drachenjade Netzwerk wird für überschüssiger Magie überfließen die Explosion wird sein wie viele Traumanova Vorfälle gleichzeitig der Verlust von Leben wird erschreckend sein wie gebieten wir dem Einhalt da vorne ist ein Kontrollraum wenn wir dort hin gelangen kann ich alles herunterfahren herunterfahren Jun hat euch gezeigt wie man das macht nein jemand anderes na dann unser Schicksal liegt jetzt in den Händen eines besoffenen Piratenkapitäns und ihrer unsichtbaren psychopatischen Freundin Leider bin ich völlig nüchtern aber wenn wir hier rauskommen gebt ihr mir einen aus ja wenn das gut ausgeht auf jeden Fall wenn es dazu kommen wird ist wir überleben oh man ist das spannend das ist echt spannend grad findet den Kontrollraum ach so sie muss da erst irgendwas eingeben ist das sanitäter Thorsten wir sind gekommen um ein Begräbnis das Seeleuten gebührt für euch auszurichten es war uns eine Ehre das haben schon bessere Piraten als ihr versucht ihr Trottel was macht ihr überhaupt hier so das ganze Ding fliegt gleich hier in die Luft und die chillen ja einfach ihr Leben boah das ist ein Veteran reds please reds oh danke Marjorie oh endlich mal NPCs auf die man sich verlassen kann ey die einen nicht nicht einfach da da liegen lassen wie so ein wie so ein Haufen ja ich würd's nicht sagen Haufen Müll Tja das wirst du jetzt nicht mehr sehen du wirst du noch dunkelheit sehen Tja das wirst du jetzt nicht mehr sehen oh sie haben diese Mechaniker einfach abgeschlachtet oh fuck alter die leben noch what the fuck alter die werden zu Zombies warum werden die zu Zombies und wir können jetzt optional noch alle alle ähm ja Gegner jetzt hier erledigen aber ne wir gehen gleich in den Kontrollraum keine Zeit keine Zeit keine Zeit oder ist das nicht hier oder wo ist das der Kontrollraum ist abgeregelt bringt mich rein verwendet die Konsole um den Kontrollraum zu öffnen ok und evakuiert am schnellsten Wege auch einmal gegen getreten und schon läuft's what the fuck sie ist drin nein wir können nicht zu euch ich hab's von hier wir haben's raus mit euch solange ihr noch könnt das könnt ihr nicht allein ich bin nicht allein wir können hier unten nichts mehr tun wir müssen rauf zur Oberfläche und die Stadt warnen ich werde nicht weglaufen und zulassen dass Kai Neng komplett zerstört wird kommandeur mir gefällt das auch nicht aber Mai ist unsere einzige Chance Marjorie hat recht und wenn sie es nicht schafft das beste das wir tun können ist so viele Leute wie möglich zu warnen verdammt also schön wie kommen wir hier raus über die Rampe beim öffnen des Kontrollraums habe ich dort noch einen Wartungskorridor gesehen okay also unser Schicksal liegt jetzt in den Händen einer einer Massenmörderin sehr geil das kann ja nur gut werden vielleicht vielleicht schaffe ich das sogar alle zu killen sind ja gar nicht mehr so viele oder hier sind noch welche hier hier ist noch einer hier ist ganz oben zum Glück gibt es hier keinen Timer ey sowas sowas hasse ich immer auf Zeitdruck das ist ja der Bahntunnel der müsste uns zum Eingang zurückbringen euer Wunsch wird wohl erfüllt wir fahren nochmal mit dem Ding Alter einen brauche ich noch einen einzigen komm sag bitte sag mir dass dass der noch kommt oh warum habt ihr das getan hab dafür jetzt keinen Nerv geht da noch die das hologramm zerstört oh 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 nein. Nein. Oh nein. Nein, Maitrin. Ah, fuck. Shit. Sie ist als Heldin gestorben. Anka hat sie getötet. Sie hat Maitrin umgebracht. Sie muss dafür bezahlen, Kommandeur. Dieses sinnlose Töten und... Sie muss bezahlen. Gorik, wir werden dafür sorgen. Oh Mann ey, jetzt ist... Jetzt fand ich mal drin eigentlich... Eigentlich schon so sympathisch ey. Jetzt wird sie einfach eiskalt abgeschlachtet. Eindringlinge im Reaktor. Ihr sprecht auf meinem Fahrt von der Chun-Lai Waffeinheit. Ach Mann. Ihr seid alle verhaftet wegen der Zerstörung von Chun-Lai Eigentum, terroristischen Handlungen und Industrie Spionage. Was? Lebt eure Waffendiener und ergebt euch auf der Stelle. Wo seid ihr denn? Die Überachtung dieser Aufforderung hat feindliches Eingreifen unsererseits zufolge, sobald wir das Gebäude betreten. Ich glaube nicht, dass wir viel Gelegenheit für Erklärungen haben werden. Aus ihrer Sicht sieht es ziemlich übel aus. Also, ich werde hier nicht dumm rumstehen und als Sündenbock herhalten. Was meint ihr, Kommandeur? Sollten wir uns nicht lieber verdrücken? Klingt nach einer guten Idee. Wenn die Behörden hinter uns her sind, sollten sich unsere Wege erstmal trennen. Ich kümmere mich um Gorik. Wir treffen uns später. Wie auch immer wir das jetzt geschafft haben. Oh nice, ich habe neue Emotes. Ich kann mir einen aussuchen. Äh, schere ich dein Papier. Nice. Ja, keine Ahnung. Ich nehme Schere. Sieht am coolsten aus. Kann man noch als Peace-Zeichen sehen. Champion, seid ihr rausgekommen? Mir geht es gut, aber Anka hat Suwon freigelassen. Ich weiß, ich bin hier auf der Spur. Wir sind hier auf der Spur. Suwons Verstand liegt im Chaos. So wie Krakatorix, nur schlimmer. Sie ist unterwegs nach Osten und versucht Unterschlupf zu finden. Ich werde mein Bestes tun, um ihr zu folgen. Nach Osten? In Ordnung. Ich werde dir folgen. Alter. Oh, da sind die Nagas. Nagas und Kappas. Alles, alles altbekannte Feinde, ja. Inkanta. Ah, guck mal. Das sind auch die kleinen Kappas. Ich dachte schon, es gibt nur noch diese großen. Oh, herrlich. Oh man, es tut mir schon ein bisschen leid, jetzt mit mir hier drin. Also, sie wollte sich, also, hat sich ja offensichtlich schon gebessert. So, sie wollte ja wirklich unser Leben retten. Und dann, ja. Wird ihr dann so gedankt, ja. Ja. Das ist schon, ist schon schade jetzt, aber gut. Wir müssen das Beste jetzt draus machen. Und versuchen Anke aufzuhalten, auf jeden Fall. Äh, von Narvan. Dringendes Treffen. Primo, ich wende mich an euch auf Bitte der Kaiserin ihn. Wir haben soeben von dem Vorfall am Xunlayade-Kraftwerk erfahren und machen uns große Sorgen darüber, was das für uns alle bedeutet. Eure Landsmannin, Fürstin Kashmir, hat euch in dieser Hinsicht unerschütterlich den Rücken gestärkt. Doch das Ministerium der Sicherheit plant, sofortige Maßnahmen zu ergreifen. Ich schlage vor, wir treffen uns persönlich und diskutieren die Angelegenheit, bevor weiteres geschehen kann. Ich kenne ein Sushi-Restaurant, Nikas Klinge, das einen geeigneten Ort abgeben würde. Trefft mich dort, sobald ihr könnt, Narvan. Nikas Klinge. Ist das die Nika, die wir auch aus GW1 kennen? Wahrscheinlich, ne? Die Astrazinen. Krass, dass es ein Restaurant gibt, was nach ihrem Namen benannt wurde. Nicht cool. Oh, wir haben wieder so einen Rüstungsskin bekommen. Wahrscheinlich schalten wir so im Laufe der Story das komplette Rüstungsset dann frei. Okay. So. Ähm, ich... Das war's ja jetzt wieder mit der... Mit dem Story-Kapitel, ne? Oder? Nee. Auswirkungen... Hm... Nee, das zählt immer noch zu dem Kapitel, ne? Nee, das zählt immer noch zu dem Kapitel, ne? Ah, nee, nee, okay. Nee, es ist schon das nächste Kapitel. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dann... Mal. 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 Möbel. Mal. Mal. Vielen Dank.